herzlich willkommen auf dem youtube kanal von elektronikmagazin.com mein name ist es und ich gebe dir heute ein paar tipps welche du beim kauf eines party lautsprechers machen solltest zu allererst bei einem party lautsprecher ist es sehr sehr schwer auf klangqualität zu achten gerade auch eben je nachdem wo man ihn einsetzen will bei wie vielen menschen man einsetzen will indoor oder outdoor und so weiter und so fort hier ist es sehr schweren konsens zu finden was aber bei allen lautsprechern eigentlich immer geht ist es nach der rms leistung sprich der route mean square leistung zu gehen das gibt einfach nur an wie viel watt pro kanal geschalten wird also wie viel strom verbraucht wird aber daraus kann man meistens so was wie belastbarkeit oder lautstärke sich heraus denken und hier sollte man im normalfall so mit 100 rms qualität pro kanal gehen also wenn das jetzt ein party lautsprecherset mit vier boxen sind sollte man somit 400 rms gehen mindestens aber bei einem party lautsprecher rücken ja dann noch mal ganz andere qualitäten in den vordergrund unter anderem natürlich auch das design gerade auch wenn man sich ein mit beleuchtung oder sowas suchen will um dann eben auch bei einer party entsprechenden zwischen den flair mitzubringen gibt es ja auch viele lautsprecher die eine beleuchtung haben die sich nach der musik richten man abspielt das natürlich auch sehr schön hier kann man auf jeden fall gucken damit sehr viel mit diversen designs oder lichtshows oder sowas herum gespielt kann man auf jeden fall bestimmt das finden dass einem selber auch gefällt was natürlich auch nicht fehlen sollte in meisten fällen ist eine karaoke funktion bei einem party lautsprecher oder auch ein lautsprecher die man draußen herumtragen und herumfahren kann auf rädern oder sowas hier gibt es tatsächlich auch ein paar modelle die das alles verein das ist dann so ein lautsprecher auf rädern bloß einen eingebauten bildschirm und zwei mikrofonanschlüssen für eine karaoke funktion also wenn man ein bisschen geld hat um sich dann zuzulegen empfehle ich dann am besten diese komplett sitzt damit kann man komplett machen was man will die sind für alles vorbereitet das ist das beste wenn man sich nach einem party lautsprecher umschaut worauf man aber auf jeden fall immer achten sollte auch gerade wegen mikrofone wegen andere lautsprecher die man anspricht oder sowas sind die schnittstellen des lautsprechers oder das lautsprechers jetzt hier immer vorher darauf achten was wir schnittstellen werden angeboten damit man das was man anschließen möchte auch anschließen keine ohne dass man sich noch mal ein extern convert oder sowas kaufen muss genau so viel dazu ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen weitere informationen sowie ausgewählte lautsprecher findet ihr auf unserer homepage link dazu in der beschreibung ansonsten würde es uns sehr freuen wenn ihr diesen kanal abonnieren könnte bis zum nächsten mal vielen dank für das ansehen dieses videos um unseren kanal zu abonnieren klicke bitte hier für weitere interessante videos klicke hier oder hier